Okay, Leute, jetzt sind wir wieder bei Secret of Mana. Ich hatte in der letzten Folge einen Tod, das stimmt wohl. Aber das kann man ja auch so... ...mir nicht verübeln. Doch. Diese bösen Pilzköpfe sind ganz schön böse. Komm her, du. Komm her. Zu früh. Komm her nicht so, ey. Komm her nicht so, hier mit deinem... Aber ich lerne auch aus meinen Fehlern. Quill sie zur Tode. Oh, fuck. Oh, das hast du mir gegeben, ey. Oh, wieso hast du dich nicht vergiftet? Du kannst nicht immer, dass mich das alles vergiften soll. Ich lade jetzt auf, ey. Kein Bock mehr. Was? Ich hab gedrückt, ich hab gedrückt. Der ist mir genetisch... Der ist mir überlegen, dieses Monster. Ich hab mir gerne schon... Das war doch nie so schwer damals. Ey, jetzt komm, Mann. Wollen wir hier so noch... Oh, endlich. Damals war es viel schwerfiger. Bitch, ey, gib'n Bonbon. Oh, ey. Ich hab nur Pech. Das ist nicht meine Runde. Dumm, Mann. Ich bin im Angriff. Das geht doch nicht. Oh, fuck, ey. Jetzt bindet er rum, ey. So, ein bisschen weiter weg. Oh, Mann, ey. Das kommt doch von mir, wenn du immer diese Kacke aufnimmst. Ja, ich dachte... Oh! Du bist gleich so rot. Nimm Bonbon. Ja, du hast ja zwei, komm, die verfassst du's. Zum Kotzen, Mann, ey. Die denken eigentlich, ich werde total behindert. Du kannst nix... Das ist so. Danke. So. Na, komm. Ein bisschen Übung. Ja, ich bin raus aus dem Game. Lange. Lange ist's, ja. Das stimmt, allerdings. Ich muss bedenken, ich steuere mit meiner Logstick, ey. Ich sag mal, mit ganz was anderes. Voller Vorteil, ne? Äh, nein. Wann? Oh, gegen die hast du keine Probleme. Warum ziehen die manchmal nur so drei, aber manchmal so viel? Hört ihr jetzt auf, euch zu befähigen, ihr Schweine? Wats? Traumtulpen. Ja. Ja. Ja, das Spiel, das Spiel denkt sich nicht sehr viele Gegner aus. Den färbt nachher einfach ein. Ja, das stimmt. Das ist wie, äh, bei Diablo 2, das Superphänomen. Da gibt's das nämlich auch, ey. Da gibt's alle, ey. Pro Kapitel gibt's mindestens dreimal die gleiche Monsterart, aber alle nur andersfarben. Aber das ist ja meistens so bei solchen, ne? Ja, besonders bei so alten Dingern. APGs und so. Ey, ich kenne meinen R2 in dir. Aha! Welch ein Sieg! Wer ist hier der Meister? Komm her, boah, in der Speer, in den Speer reingelaufen. Oh, gut. Ja, ich komm rein, sag ich ja. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ich bin zwar einmal gestorben jetzt schon, nach meinem Todes-Counter, aber mehrmals wird das noch nicht mehr passieren. Das ist das letzte Mal. Ja, vielleicht noch einmal später. Meinst du? Ja. Ich glaub, bei einem Plasma-Beißer, ey, da werd ich mir die Zehner holen. Ne, was? Plasma-Beißer? Hm. Ich glaub, eher bei diesem Schnuse-Kater, weißt du? Oh, Alter, auf, ey, der alte Sack, ey. Ich hasse ihn. Ja, deswegen. Das ist, glaub ich, der schwerste Gegner im Spiel. Richtig. Aus einem anderen Grund, weil du keine Magie hast, ey, vorbei. Der hab ich am längsten gesessen damals, als Kind. Ja. Weil ich einfach nix machen konnte, weil diese Sack-Gesicht einfach so mächtig war. Als ich das geschafft hab, ey, hab ich, glaub ich, echt alles zerstört in meinem Zimmer vor Freude. Boah, Level 4. Geil, ey. Ja, ja. So. Baaam. Hoho. Oh, komm, ey. Heilkräuter, geil, ey. Hoch hier, oder? Ja. Ich glaub, ja. Voll dumm, dass die Kamera nicht immer so zentriert bleibt. Auf meinen Charakter. Ein wenig, weil... Ich hab ein bisschen Probleme, ey. Sieh ich mal an der Blume. Ne, hab ich schon oft genug gemacht, ey. Irgendwann mal noch mal. Oh, noch ne Zuhu. Ne, die hole ich mir auch gleich, ey, wenn ich hier den Probepuschel besänftigt hab. So, auf mal hier den Shit. Oh, ey, gut, ey, ey, ey. Die sind aber nur für Status... Die sind aber nur für Statusveränderungen, also die heilen nicht. In dem Sinne. Ja, so Vergiftung und... Ja, heilen halt vor Vergiftung, aber... Einmal versteht man ja auch unter heilen Lebenspunkte. Ja, stimmt. Es gibt auch Spiele, da sind Haikräuter, die typischen Items zum Leben wieder auffrischen. Aber nicht hier. Hier haben wir Bonbons und Schokolade und... Andere Sachen, die dick machen, die haben die hier. Schön dick Honig. Aber wenn du gespielst, wird der immer noch fetter. Echt, weißt du, so einen ganzen Topf Honig, ey, beziehen sich da rein, ey, wenn die dann extra viel Leben wieder haben wollen. Stimmt, wenn du mal so überlegst. Überhindert. Ja. Leckeres Bonbon oder eine ganze Tafel Schokolade für 250 Leben. Und eine Walnuss. Jo, eine kleine Walnuss, ey, für Mana. Es gibt zwischendurch eine kleine, was Gesundes, eine Walnuss. Ja. Und ab und zu mal Lebenswasser. Ja. Äh, ja, hier hoch. Dööö. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel geht, so von den Parts her. Aber ich würde mal so sagen, so 50 wird das bestimmt einnehmen. Jo, ich glaube sogar ein bisschen mehr. Oder? Boah. Zweite ist ein bisschen umfangreicher. Ja? Ja, finde ich schon. Besonders, weil du... Das Intro ist ja viel länger eigentlich. Das ist ja Vorspann und so. Das stimmt. Wo ich finde, den zweiten sogar um einiges besser als den ersten. Elfentime. Da ist Mühldorf. Ja. Du bist da hinten, ne, oder? Ne. Wofür ist das dann da? Nur, falls du einkaufen willst. Eigentlich hätten wir das mal machen sollen. Ich will ja hier nicht hardcore-mäßig spielen. Kannst du's euch machen? Na gut, ich hab noch ein Bonbon, haben wir noch. Und zwei Haikräuter. Das reicht. Ja, am Anfang des Elfenteichs wartet ja auch noch der. Bucherkater. Ja, da kaufe ich bestimmt nichts, ey, von dem Schweinehund, ey. Wenn ich aufpasse, sollte ja nichts passieren. Ne, eigentlich ist es nicht. Und wechsig dich. Ich glaube auch, ey. Ne, hab ich ihn genutzt, ey. Lass mal hoch. Hier, lass mich hier nicht... Oh, 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 leck, ey. Fatal bei dem Schweinehund. Wär vorbei, ey, wenn wir jetzt hier... Dicke Gegner haben wir's hätten. Hmm, oh. Den erwischt ich nicht. Oh! Zwei von euch Bitches. Ne, ihr seid doch schon dumme Bienen, ey, dass ihr nicht mehr hier hochfliegen könnt, der ihr Armschweine. Ja, stimmt. Die sind zu fett für die kleinen Flügel. Ja. Den kriegst du nicht. Dumm, ey. Ja, wenn du oben stehst. Ja, das ist ein Nintendo. Ja, aber die haben da schon ein bisschen aufgepasst. Ja, kein Ding, ey, kein Ding. Boah. Was? Oh. Oh. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Oh. 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 Oh, fuck. Jetzt wollen sie dich. Oh. Erledigt, ey. Erledigt, das heißt eigentlich nur Crit. Ja. Ich weiß nicht, warum, wie man, äh, einfach, weiß ich nicht, warum da steht, erledigt. Du denkst dir dann, okay, ist tot, aber in Wahrheit ist es eigentlich nur, dass du viel Schaden gemacht hast. Mhm. Zack. Level Up soll ich auch wieder haben. Ja, muss sein. Ja, kein Ding. Bitches, ey, wie viele von diesen Bitch-Fiechern hier sind, ey. Ah, komm her, ey. Die fühlen sich wohl, das ist so, so ein sumpfiges Gebiet hier. Ja, so. Feucht, feucht warm. Subtropisch. Ja. Das passt ja gar nicht, aber egal. Subtropisch ist sogar noch anders, als feucht warm. Äh, sind wir nicht hier in den Subtropen? Das weiß ich nicht. Ich glaube ich nicht, oder? Ich guck mal nach. Welchen muss ich rein? Äh, 60. Kater, links muss man fangen. Okay, dann gehen wir links. Scheiß auf den Kater. Oh nein. Oh, ballonisieren! Oh, herauf, ey. Äh, ihr wollt mir ja nicht schlägen, ey, wir machen aber noch einen Moment. Ja, wir haben noch sieben Minuten. Achso, okay, gut. Oh, er will dich ballonisieren. Er hat dich, er hat dich. Ach, schade. Fuck, ey. Doch. Nein, ey. Der ist benebelt. Oh! Hallo. Oh, Bonbon! Oh, er geht raus. Och, Mann, ey. Er taucht beim Kater ein. Ja, ey, es wird Zeit, dass du da bist. Ja, das ist auch noch. Einen Boss muss man machen. Wen? Ja, diese Pflanze. Ey, die Pflanze kommt bei... Kann man zu zweit machen, Mann? Warum holen wir nicht die Frau? Sollen wir das mit Speedrun-mäßig hier durchspielen? Jetzt kaufe ich hier für 20 GM echt Bonbons, ey. Ach, das ist geschissen. Ich kaufe mir Kleidung. Nee, das macht das nicht. Das ist jetzt Geldverschwendung. Nein, ich will aber speichern. Du Bitch. Was hast du? Ich hab doch gesagt, der ist... Ich hatte erst Wura-Kader, Mann. Raffi, der heißt die Dingse, Bananaphone, Mann. Ja, ha, 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 ha. Ring, 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 ring. Bananaphone, dübidibidi. Ding, dong, ding, dong. Bananaphone, I got this feeling. Weiter, weiß ich nicht. Das war ein geiles Lied, ey. Bei der Ohrwurm. Mhm. So, ich lasse einfach jetzt nur gucken, dass ich hier nur einer auf dem Plan habe von den Wichsern. Ballaukette. Ja, jetzt macht er wieder Combo, ey. Guck. Ich kann nichts tun, ey. Psch. Weiter, Combo. Jetzt guck, ey. Uuuuh, Tiger Uppercut. Oh, da habe ich ihn gegeben, ey, bevor ihr überhaupt merken konntet, dass ich wieder frei war. Oh, ihr Bitches. Nicht hier, einfach rumstehen. Oh, Mann. Gib ihm den Ballon. Floddermaus. Ey, Floddermaus. Werner, Alter, Wichser. Oh, leg dich nicht mit den Schleimis an. Ey, so geil, ey, so geil. Oh, Mann, du seid immer mehr. Mach das nicht, ey, geh weiter. Komm, ich will einmal meinen aufgeladenen Megaschlag hier in den Schwein. Ich werde den Schleimis keilen. Oh, doch eins. Oh, fuck ey, weg hier. Oh, wer schneid denn da? Wer schneid denn da? Das sollten wir mal erkunden. Oh. Oh, verdammt. Oh. Hä? Hä? Ich habe den Mummelgoblin gemacht. Oh. Der soll einen Mummelstang werfen. Haben die? Ich glaube schon. Egal, halt. Oh, Udi. Da schläft noch einer. Ja. Oh, zwei. Da wird er nicht gerechnet, ey. Und sekt ihn eigentlich auf, ey. Ey, guckt aber jetzt zu, wie sein Freund stirbt. Ist das eigentlich eine Maske, die der... Ach, das ist eine Maske? Ja, das ist so, so, ja, genau. So wie Udi, weißt du? Ja, so wie Udi-Maske. Ich habe immer gedacht, das wären die Köppe. So, jetzt bist du auch wieder geheilt, Deck. Geil, ey, alles geil. Geil, bitch, zack. Komm, ich bin schon fein. Na, er gewinnt hier. Oh. Ja, die Leute, die jetzt hier schon Haze-Action erwarten, müssen die noch ein bisschen gedulden. Hatsch, das schaffen die schon. Ja. Ich glaube, da muss man irgendwie das Wasser da runter brauchen. Ja, das ist ein Schalter. Boah. Der hat keine Chance. Ne, der ist voll verloren, ey. Der ist verloren. Vor allem aus diesem Winkel. Ja. Der hat keine Chance, Angst zu greifen. Da kommt der ja gar nicht hin, ey. Oh. Ich habe dich erwischt, mich. Ja, du kannst dich nur erwischen, wenn die entweder auf dem Boden liegen oder wieder ganz oben sind. Bei jedem Gegner. Okay. Wenn die so beim Aufsteigen sind, dann... Ja, ist schon eine Kunst für sich, ey. Aha, das stimmt eigentlich. Oh. Der hat noch geboxt, du Schweinehund. Oh, ey, das ist ja sofort so, weißt du, so... Der beißt dich. Ja, weißt du, er visiert mich an, ey, und dann gibt er mir eine. Das ist ein wildes Zubat. Ja, das ist echt eins. Eine Floddermaus, ey. Oh, ey, du dreckiges... Das ist... Da fahr ich nicht aus, ey. Was sagst du? Da war nix. Jetzt geht's dir... die 100 Prozent die Kugel zu sich Forts die Schuhe Knochen Knochen Ja. Boah, durch die Steine, ey, da hat er nicht mit gerechnet. Deckung, ey. Deckungssystem, hab schon damals, ey. Die Spieler haben nicht das Rad neu erfunden, ey, das war das hier schon, ey. Und zäh. Ja, danach kannst du den Schnitt machen. Ja, würd ich auch sagen. Dann machen wir den Hebel und dann abschieben wir uns. Boah. Boah, 25. Ey, wenn du mir auch nicht erlaubst, Rüstung, über die anderen Ansatzweise mal zu kaufen. Ey. Rüstung, ey, wer braucht denn jedenfalls Rüstung schon? Ey, ich bin einer, der gerne kauft, ey, wenn du da... Guck mal nach, äh, okay, wir machen erst mal schon. Na, ey, erst mal schau jetzt. Ich will gucken, ob ich schon Rüstung hab. Ja, ob die schon ausgerüstet ist. Ja, hab ich Schützweste. Du mal unten. Ah ja, stimmt. Ne, hast du nichts. Ja, nur das, ne. Egal. Na gut, machen wir Schluss und tschüss.